Hallo und willkommen bei Activity Teach. Activity Teach soll euch in alltäglichen Situationen veranschaulichen, wie man sich selber rechtsstaatlich wehren kann, wenn irgendwas schief läuft. Hierzu werde ich mich an richtigen, echten Fällen orientieren, die mir bekannt sind, natürlich mit freundlicher Genehmigung der entsprechenden betroffenen Person, und euch hier den Verfahrensablauf zeigen, Musterschriftsätze aus der Vergangenheit anonymisiert publizieren und ähnliches. Ich freue mich, zusammen mit euch hier an diesen Aspekten zu arbeiten, in der Hoffnung, dass wir gemeinsam diese Welt dann ein kleines bisschen besser machen. Bis bald, euer Michael Langhans.